Ein knappes Rennen. Unser Schmalstreifen Mungo und der Oktopus sind gegeneinander angetreten und gewonnen hat Paul, unser intelligenter Oktopus. Mit seinen acht Tentakeln schwebt er förmlich durch das Wasser und versteckt sich auch gerne mal in seinem Aquarium. Da sein Körper weder Knochen noch Knorpel hat, ist er extrem beweglich und passt in die kleinsten Zwischenräume rein. Halte auf jeden Fall Ausschau nach ihm und wenn du immer schon mal einen Oktopus fressen sehen wolltest, schau dir unbedingt unser nächstes Video an.